hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video heute mal wieder systemtreff und zwar mit dem senchili gaming guides 1500 blablabla da sind nur die technischen specs für 1649 euro 90 dieses system wurde mir vorgeschlagen von rage bei uns im video vorschläge kanal und das schauen wir uns jetzt mal an kommen wir wie immer erst zu dem bild das ist tatsächlich nur das gehäusebild dann ist noch windows mit dabei und norton norton könnt ihr direkt wegschmeißen lasst es einfach sein ihr habt halt im windows defender und erreicht ganz dicke dazu haben wir halt noch ein paar gehäusebilder wie das ganze ding so aussieht und halt das mainboard bild das ist schon in ordnung so starten wir auch direkt mit dem gehäuse das ist das corsair 3000 d rgb airflow das bringt schon 320 millimeter lüfter in der front mit die rgb beleuchtet sind leider keinem heck den vermisse ich so ein bisschen bei dem system ich hatte mir das ja im voraus schon so ein bisschen angeguckt und klar vorne kommt frische luft rein dann habt ihr noch den cpu kühler der noch ein bisschen die luft rumwirbelt aber halt keinen lüfter der effektiv raus bläst wenn da jetzt eine wasserkühlung drin wäre würde die das übernehmen haben wir hier leider nicht finde ich ein bisschen schade ich hätte es halt schön gefunden wenn sie vielleicht von mir aus dem schwarzen lüfter noch hinten reingepackt hätten haben auf jeden fall guten airflow das wird jetzt nicht überhitzen wäre einfach schöner gewesen ansonsten es hat eine mesh front eine glascheibe an der seite sieht aus wie jedes zweite andere case auch von daher das passt und das kostet 88 euro 40 bei mine factory der prozessor ist ein amd ryzen 5 7500 f den hatten wir jetzt auch schon häufiger das ist ein sechs kerner mit 12 threads 65 watt tdp und unterstützt offiziell ddr5 5200 mts könnte auch ganz easy mit 6000 laufen lassen ist hier tatsächlich auch so verbaut in kombination mit dieser grafikkarte die hier verbaut ist würde ich euch empfehlen zumindest auf wqhd zu spielen full hd geht natürlich auch aber dann verschenkt ihr eventuell ein bisschen leistung der grafikkarte kann ich euch aber nicht genau sagen ich hätte da einen stärkeren prozessor genommen mit dieser grafikkarte aber wenn ihr in wqhd spielt oder womöglich sogar in 4k dann passt das schon solltet ihr auf die idee kommen streamen zu wollen nehmt einen acht kerner auch wenn die grafikkarte endwink encoder und so hat ja klar aber ihr habt ja nicht nur das spielen und den stream am laufen erkläre ich ja ganz oft ihr habt ja ganz viele andere zusatzprogramme gerade wenn ihr es ernst meint mit dem stream also so ein chatbot und diese ganzen geschichten und spotify und alles deswegen nehmt da lieber ein acht kerner ansonsten seid ihr mit dem hier auf jeden fall gut to go ist natürlich auch der aktuellste sockel da könnt ihr auf jeden fall noch gut erweitert und der kostet 158 euro 99 bei mine factory der cpu kühler ist ein thermal right kühler assassin king 120 se a rgb black das ding ist ich habe ihn weder bei google noch bei geist als black gefunden sondern nur den normalen se a rgb als white gibt es ihn aber als black irgendwie nicht ist auch nicht weiter schlimm ist ein stinknormaler luftkühler erinnert mich auch so ein bisschen an diese system treffeigene kühler vom aufbau her der wird für diesen prozessor dicke reichen wäre natürlich ein bisschen was für die optik will gerade bei dem gehäuse nimmt eine wasserkühlung aber eine wasserkühlung ist auf dem 7500f wieder quatsch deswegen ist ein bisschen schwierig dann ja doch keine tdp angaben aber ich denke der wird ihn auf jeden fall kühl halten und ein bisschen rgb beleuchtung hat auch noch mit dabei und er kostet 20 euro 59 bei amazon marketplace über thermal right punkt eu er das mainboard ist ein msi b 650 gaming plus wifi mainboard ddr5 das hat gekühlte spannungswandler vier ram bänke hier kann ssd verbaut werden hier unten noch eine weitere ssd hier kommt die grafikkarte rein und dann habt ihr noch zwei erweiterung slots für eine capture card oder usb erweiterungskarte whatever ihr da erweitern wollt ihr könnt sogar noch eine weitere ssd darüber erweitern was die anschlüsse angeht haben wir 7.1 wlan und bluetooth antennen anschluss viermal usb 303 usb 3.1 usb typ c ist am start netzwerk anschluss die onboard grafik anschlüsse könnt ihr wie immer mit diesem prozessor nicht benutzen ist ja ein f prozessor benutzt bitte die anschlüsse der grafikkarte ich hatte letztes mal bei dem video zu den bens hardware pc auch so ein board da drin was etwas günstiger war aber für einen 7500f reicht das einfach dicke ihr könnt theoretisch sogar 7800 x 3d draufschmeißen klar da würde ich aber bei so einer konfiguration wieder ein besseres board nehmen was auch besser aussieht aber immerhin haben wir hier die erweiterungsmöglichkeiten gegenüber einer micro htx also ist wirklich ein full htx board und wenn ihr mehr usb braucht ihr dann erweitert ihr halt oder ihr nehmt direkt ein anderes board qualitativ kann ich da jetzt gar nicht meckern es hat auch wlan und bluetooth dabei das ist okay und das kostet 170 euro bei mine factory der arbeitsspeicher sind 32 gigabyte ddr5 6000 mtl gskll flare x5 cl 30 kit 2 x 16 gigabyte also dual channel meine gebete wurden erhört sonst haben wir mal cld32, cld36, cld40 und so jetzt haben wir 6000er, cld30 konfigurieren wir auch schon ganz oft mit und 32 gigabyte ist völlig ausreichend brauche ich gar nicht viel zu zu sagen passt einfach so ist völlig okay gut die besonderheit natürlich amd expo ist auch klar weil es ein amd prozessor ist und der kostet 120 euro 89 bei mine factory die grafikkarte ist nvidia geforce rtx 40 70 ti super 16 gigabyte da hier wie immer irgendeine reinwandert und wir nicht wissen was es genau ist nehmen wir jetzt die günstigste machen wir ja immer so könnte ja theoretisch reinwandern ist die game watch geforce rtx 40 ti super penta oc wie ich eben schon gesagt habe für full hd natürlich geeignet wq hd gaming ist sie ganz stark drin 4k kommt immer auf die titel an was benutzt ihr und was nicht ich sage es immer wieder einige benutzen dlss einige wollen raytracing unbedingt andere wiederum nicht dann habt ihr wieder mehr leistung deswegen schaut euch einfach das video in der video beschreibung an das ist nämlich genau mit dem prozessor und der grafikkarte und der ram wird hier nicht ausbremsen weil er wirklich gut gewählt ist und die kostet 845 euro 99 bei ebay über trendit das netzteil ist ein 750 watt msi mac a750 gl pce 5 netzteil 80 plus gold das hat sieben jahre hersteller garantie ist wie der name sagt 80 plus gold zertifiziert und voll modular und bringt schon den neuen artx 3.0 stecker mit quasi dass ihr nicht diesen blöden adapter stecker kabel misster im gehäuse rumfliegen hat das ist einfach der stecker der direkt zur grafikkarte führt 750 watt völlig in ordnung netzteil qualitativ auch top sieben jahre garantie ja hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht und das kostet 101 euro 59 bei mine factory der ssd ist eine 1 terabyte m.2 ssd wd blue sn580 hier sind die lese und schreibraten gleich mit 4150 mb die sekunde mit tlc speicher ja auch völlig okay ist halt so mittelding es gibt natürlich auch 7000 klare sache braucht ihr als gamer sowieso nicht die 4000 erreicht ganz dicke ein terabyte müsst ihr selber wissen ich sage es ist noch in ordnung ich hätte lieber zwei terabyte gesehen klar aber in dem preisbereich ist es noch okay ihr müsst halt selber mal schauen was ihr so an spielen spielen wollt wollt die die alle gleichzeitig installiert haben auf dem pc noch ein paar andere daten klar betriebssystem und so schaut bei google einfach zum beispiel was weiß ich call of duty frisst dann 200 gigabyte oder was dann könnt ihr euch das runter rechnen ob euch die reicht und die kostet 66 euro 80 bei mine factory als betriebssystem haben wir windows 10 64 bit pro ist jetzt tatsächlich bei einem amd system gar nicht so schlimm dass es nur windows 10 ist das ist bei intel eher schlimmer wegen der performance und efficiency course da kommt windows 11 besser mit klar aber hier ist es halt in ordnung ihr könnt es sowieso kostenfrei auf windows 11 upgraden und das kostet 29 euro 90 bei it hardpods dazu bekommen wir noch drei jahre garantie und 30 tage rückgaberecht ohne aufpreis drei jahre garantie macht nicht jeder standard sind eigentlich so zwei jahre meistens nehmen diese ganzen system integratoren für das eine jahr extra um die 50 bis 70 euro hier ist es halt schon mit drin dann wären wir auch schon beim endergebnis hier haben wir die ssd den prozessor den rahmen die grafikkarte das mainboard den cpu kühler das gehäuse das netzteil und windows und da landen wir bei einem gesamtpreis von 1603 euro 15 und das system kostet 1649 euro 90 da seid ihr jetzt bummelig bei einem aufpreis von 45 euro mit drei jahren garantie ich weiß nicht ob das irgendwie eine aktion ist oder sonst irgendwas weil sein chili ist ja noch nicht so lange dort bei system trifft dass das jetzt vielleicht ein aktions pc ist oder so wird auf jeden fall so nicht gekennzeichnet aber der preis ist mega hatten wir letztes mal bei bands hardware auch der war irgendwo bei 70 euro aufpreis was auch völlig okay ist nur mal als vergleich mein factory zum beispiel nimmt für zusammenbau 190 euro und da habt ihr nicht drei jahre garantie da drauf also ihr habt dann 190 euro die prügeln das zusammen installieren auch noch keine windows und schicken euch das dann zu hier habt ihr halt schon alles mit drin konfigurationstechnisch sagte ich ja eben schon full hd ist so ein thema mit der grafikkarte in kombination mit dem prozessor wqhd ganz easy und mir fehlt halt der lüfter hinten dass ihr quasi den vernünftigen airflow habt vorne schön rein hinten warme luft raus aber gut so ist es jetzt halt alles in allen kann ich überhaupt nicht meckern gibt auch wieder mal keinen grunden alternative zu zeigen weil der preispunkt wirklich fair ist gut das wäre es dann auch wieder mit diesem video vielen dank fürs zuschauen lasst ein däumchen nach oben da wenn es euch gefallen hat bis dahin auf wiedersehen und ciao ciao ein ein Bis zum nächsten Mal.